Ach, dann laufe ich wohl jetzt, ne? Sascha, hör mal auf. Was mache ich vor... Was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist Ben, du Fotze. Ja, kann ich doch nicht wissen, wer das ist, wenn ich gerade aus dem Spiel rausgetappt bin. Hast du denn ein Video auf dem... Weißt du, wie das immer direkt auf mich geschoben wird? Wundert's dich?